Im heutigen Video geht es wieder mal um Betrug in der Partnerschaft. Wenn es passiert ist, was sagt dann eine Paarberatung über die Themen Seitensprung beichten und Seitensprung verzeihen? Betrug ist Betrug oder ist das in einer Partnerschaft anders zu sehen? Lass mich doch dazu auch deine Meinung in den Kommentaren wissen. Gleich geht's los nach dem Intro. In der Paarberatung nimmt dieses Thema, ihr könnt es euch denken, einen großen Raum ein. In fast allen Beziehungen, die nicht vorab als offen von beiden Partnern definiert wurden, führt eine Affäre, ein Seitensprung oder eine Außenbeziehung zur Krise. Zumindest, wenn das Geschehen offengelegt wird. Oft eskaliert die Situation in Form von sehr vielen Emotionen zwischen den Partnern. Der eine fühlt sich schuldig und bittet um Verzeihung. Der andere fühlt sein Vertrauen missbraucht, der Selbstwert leidet und auch Trauer und Wut spielen eine große Rolle. In der Paarberatung werden wir dann oft gefragt, Wäre es nicht besser gewesen, wenn ich meinem Partner nichts vom Seitensprung oder der Affäre erzählt hätte? Und ihr ahnt es, diese Frage kann man nicht pauschal beantworten. Es gibt kein richtig und kein falsch, wenn Menschen mit ihren ganz individuellen Emotionen und Verhaltensweisen involviert sind. Wir haben als Berater die Erfahrung gemacht, dass viele Paare es schaffen, nach einem Seitensprung ihre Beziehung auf eine neue, gute Basis zu stellen. Damit das gelingt, haben sie sich vorher intensiv mit den Umständen auseinandergesetzt, die erst zur Außenbeziehung geführt haben. Sie nehmen also diese Krise zum Anlass, sich intensiv mit ihrer Beziehung auseinanderzusetzen und arbeiten gemeinsam daran, die Liebe zwischen ihnen wieder zu stärken. Diese Chance vergibt man sich, wenn man einen Seitensprung oder eine Außenbeziehung verheimlicht. Damit man solch ein Geheimnis, das meist als ein sehr großes empfunden wird, für sich behalten kann, muss man innerlich Abstand vom Partner nehmen. Man muss sich verstellen, wahrscheinlich auch lügen und auf jeden Fall betrügen. Und wenn man das tut, sollte man sich fragen, ist das jetzt vielleicht schon der Anfang vom Ende? Ist es mein Versuch, aus der Beziehung auszusteigen? Bin ich nicht mehr glücklich? Und wenn man sich selbst prüft, findet man auf diese Fragen auch Antworten. Diese Antworten führen wieder zu neuen Fragen. Will ich noch in meine Partnerschaft investieren? Will ich daran arbeiten, dass die Liebe, das Vertrauen und die Nähe in meiner Beziehung wieder wachsen? Jene Menschen, die sich sicher sind, dass sie nichts mehr vom Partner wollen und sich bereits für die neue Beziehung entschieden haben, die kommen nicht zu uns in die Beratung, die trennen sich. Und sie probieren es mit dem neuen Partner. Wer in eine Barberatung kommt, muss nämlich damit rechnen, dass wir als Berater diese eine Frage stellen. Hat einer von Ihnen beiden eine Außenbeziehung? Und spätestens dann ist es Zeit, Farbe zu bekennen. Wenn Sie in diesem Moment nicht die Wahrheit sagen, sind wir als Berater nutzlos. Weil wir nicht an den richtigen Themen ansetzen können und mit unseren Interventionen einfach nichts bewirken können. Sollten Sie also gerade in einer partnerschaftlichen Krise stecken und sich überlegen, ob Sie Barberatung in Anspruch nehmen. Überlegen Sie bitte zuerst, ob Sie bereit sind, die Konsequenzen Ihres Handelns zu tragen und die Ist-Situation offen zu legen. Wenn Sie das nicht wollen, also zum Beispiel denken, dass die Affäre keine Rolle gespielt hat und Sie deshalb auch niemanden davon erzählen wollen, kommen Sie nicht zur Barberatung. Offenheit und Ehrlichkeit ist eine der Rahmenbedingungen, die wir für unsere Arbeit mit Paaren benötigen. Niemals geht es uns dabei um das Konzept von Schuld. Damit arbeiten wir nicht. Es geht darum, dass beide Partner eine Situation in ihrer Beziehung miteinander kreiert haben. Und an dieser Situation setzen wir mit unserer Beratung an. Und dazu müssen wir die Situation kennen. Wut, Trauer, Schmerz und Verzweiflung lassen die Wogen hochgehen. Diesen Gefühlen bieten wir in der Barberatung einen sicheren Rahmen. Sie dürfen es sein. Es ist besser, diese Gefühle wahrzunehmen und in einem geschützten Rahmen zu leben, als einen bitteren Groll viele Jahre die Beziehung vergiften zu lassen. Wir fragen immer nach den Umständen, die zu einer Außenbeziehung oder einem Seitensprung geführt haben. Und oft gestehen die Partner ein, dass ihre Beziehung schon vor dem Treuebruch nicht mehr liebevoll, zärtlich oder erfüllend war. Somit ist die Ausbeziehung oft ein Ausweg aus einer dysfunktionalen Beziehung, ohne dass man diese aufgeben muss. Manche Ausbeziehungen führen sogar dazu, dass sich die ursprüngliche Paarbeziehung für beide Partner wieder besser anfühlt. Wir reflektieren auf jeden Fall in der Barberatung gemeinsam mit dem Paar, was bereits vor dem Seitensprung nicht optimal gelaufen ist oder gefehlt hat. Uns ist es wichtig, dass beide Partner ihren Anteil der Verantwortung dafür übernehmen, dass sie beide an genau diesem Punkt in ihrer Beziehung stehen. Wenn dann die schmerzlichen Gefühle gelebt werden durften und die Verantwortung für die Ist-Situation übernommen wird, steht die Frage nach dem Verzeihen im Raum. Unsere Erfahrung dazu ist, wer sich überhaupt nicht vorstellen kann, einen Seitensprung zu verzeihen, der kommt nicht zur Barberatung, der trennt sich. Es gibt allerdings auch Menschen, die benötigen Zeugen für ihr Leiden. Das sind jene, die in der Beratung immer wieder betonen, wie sehr sie enttäuscht wurden und dass sie völlig unschuldig und der Partner zu 100% schuldig ist. Und sie glauben, dass sie dadurch das Recht ableiten können, ihren Partner nun zu quälen. Mit Vorwürfen, mit Kontrollwut, mit Beschimpfungen, mit Verfolgung oder Abwertung. Ich frage dann immer, was steht denn in ihrem ganz persönlichen Wertekodex auf Treuebruch? Wie lange wollen sie ihren Partner nun quälen? Drei Wochen, drei Monate, drei Jahre, 30 Jahre? Bitte sagen Sie es ihm oder ihr, damit er oder sie sich darauf einstellen kann und entscheiden kann, ob er oder sie diese Strafe annimmt. Und damit wird dann meist das Paradoxe an der Situation bewusst. Man stärkt eine Beziehung nicht, indem man den Partner schlecht behandelt. Ganz egal, wie sehr man davon überzeugt ist, dass er oder sie es verdienen würde. Aber natürlich kann man sich als Ausgleich für die emotionalen Schmerzen etwas wünschen, das vielleicht den Partner auch hart ankommt. Unsere Erfahrung nach haben jene Beziehungen nach einem Seitensprung eine echte Chance, wo die Partner es schaffen, wieder auf eine gleichwertige Ebene zu kommen. Das bedeutet meist, dass der Betrogene das Geschehen verzeiht und dass derjenige, der Untreue begangen hat, sich selbst verzeiht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020